Die Bizepsübung, einarmige Curls am Kabel, häufigster Fehler, völlig unkontrolliert, viel zu viel Gewicht, dazu mit Schwung ausgeführt und natürlich das Ganze noch ohne Zielmuskelfokus. Das Ganze auch wieder wie schon immer oder wie oft mit Umkehrschwung. Wichtig, korrekte Ausführung am Ende des exzentrischen Weges einmal kurz anhalten und dann konzentriert in die konzentrische Phase einleiten, am höchsten Spannungspunkt kurz anhalten, nach unten in die Streckung, nach oben ausatmen.